So, okay mein Lieben, also wie gesagt, ich bin jetzt hier mit Abdul, wir haben hier schön die Bahn für euch vorbereitet und das sieht folgendermaßen aus, siehst du hier, ist ein Strich, da steht aus dem Strich 0 Meter, siehst du, und dann gehen wir hier weiter, so, der nächste Strich ist 5 Meter, so, und dann 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter, oder 25, also so weiter, bis zu Ende, so, und was wir jetzt hier machen, Abdul wird schön in Ruhe hier spazieren gehen, ja, und jedes Mal, wenn ihr bei einem Strich vorbeigeht, was macht Abdul, habt ihr das gehört? Nochmal, er quietscht, ja, der quietscht Ball, kennt ihr schon, ja, okay, so, okay, gut, und was ihr jetzt machen sollt, ist die Zeit messen, ja, bei dem ersten Quietsch, eure Stoppung geht los, das ist 0 Sekunden, so, und dann, bei 5 Meter, der zweite Quietsch, ja, dann machst du dir Knöpfe, Köpfleinchen, da kannst du diese, ich weiß das, das sind jetzt Zwischenergebnisse, und dann geht der Stoppung weiter, 10 Meter, dritten Strich, äh, quietsch, dann drückst du das noch mal weiter, so, okay, also, wir legen mal los, gut, also, erste Messung, Abdul geht, Oui Eik 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 Okay, super. Abdu, wie viele Meter ist das insgesamt? 40 Meter. 40 Meter. 40 Meter sind wir gegangen. Okay, Leute, jetzt mache ich mal Stopp und machen wir eine zweite Messung. Okay, eine Messung ist dann für sich keine Messung. Okay, Stopp, wir gehen zurück zu dem ersten Platz und dann.